Hallo, hier ist Pascal Kutscher von Flashlines und nachdem wir in unserem ersten Tutorial gezeigt haben, wie man Flächen anlegt und bearbeitet, zeigen wir euch jetzt die verschiedenen Animationsarten. Ja, es gibt momentan vier Arten der Animation und diverse andere Einstellungsmöglichkeiten, die werde ich euch jetzt nach und nach vorführen. Aber bevor ich damit anfange, deaktiviere ich erstmal das Bearbeiten. Das heißt, der ganze Viewport wird unempfindlich und ich füge nicht aus Versehen irgendwelche Punkte hinzu. Ganz wichtig. Ja, hier unten links sind die vier Arten und schauen wir uns die doch mal an. Die erste Animationsart Flächen, die zeigt genau die Flächen, lässt die Leuchten, die wir vorher ausgewählt haben und angelegt haben. In der zweiten Animationsart Wilde Flächen werden die Punkte, die er gesetzt hat, zufällig miteinander kombiniert und irgendwelche Flächen aufgezogen. Die dritte Animationsart Outlines oder Kanten lässt die Kanten leuchten. Und hier die vierte Animationsart Wilde Linien, die verbindet zwei zufällige Punkte miteinander. Kommen wir jetzt zu den Farben. Hier unten rechts gibt es die verschiedenen Einstellmöglichkeiten dazu. Momentan ist die erste ausgewählt, das heißt ganz bunte Farben, sehr gesättigte Farben. Wenn wir die zweite nehmen, da werden zufällige, nicht ganz so bunte Farben ausgewählt. Und noch eins darunter sind zufällige Graustufen. Und schließlich hier der letzte Farbmodus, da könnt ihr mit dem Finger selber bestimmen, welche Farbe jetzt ausgewählt werden soll. So, ich gehe mal wieder auf bunte Farben. Das eignet sich jetzt besser für die nächsten Einstellungsmöglichkeiten und die verstecken sich hier. Damit könnt ihr einstellen, wie voll oder leer eure Animation generell ist. Wenn es nur hier und da mal blinkt, das sieht ganz anders aus, wie wenn die ganze Animation vollblinken der Flächen ist. Die nächste Einstellungsmöglichkeit betrifft die Transparenz. Das macht gerade bei den wilden Flächen Sinn, wo sich Sachen überlagern. Hier weiter unten könnt ihr noch einstellen, ob die Sachen eher hart oder weich ein- oder ausfaden, was auch nochmal stark die Wirkung von der Projektion verändert. Ja, und was wäre jetzt so eine Projektion ohne den richtigen Rhythmus? Flashlines denkt dabei in Beats per Minute, also BPM. Hier unten werden die angezeigt. Ihr seht, aktuell sind wir bei 160 BPM und wenn ihr da kurz drauf tippt, könnt ihr das händisch eingeben und irgendwelche BPM einstellen, die euch gerade Freude machen. Oder aber, wenn ihr zu Musik spielt, dann könnt ihr hier unten den Beat mit tippen und dann passt sich die App nach ein paar Tipps automatisch an den Beat an. Ja, ihr könnt auch jederzeit hier unten auf Pause drücken und auf Play. Dann hört die App auf und fängt wieder an. Und noch was ganz geiles haben wir hier unten rechts, nämlich den Flash-Button. Jedes Mal, wenn ihr auf diesen Button drückt, blitzt eine zufällige Fläche auf in der Animation. Und zwar dementsprechend, welche Animationsart ihr ausgewählt habt. Das könnt ihr dann natürlich auch verändern. Und wenn ihr die Geschwindigkeit ändert, dann ändert sich auch, wie lange das ausblendet. Ja, und damit es wieder weitergeht, drücken wir auf Play und dann haben wir im Prinzip schon alle Animationsarten und Farben erklärt. Viel Spaß damit. Ciao!